Hallo liebe Freunde, Willkommen zu einem Let's Play von The Evil Within. Ah, boah, ich habe eigentlich nur Let's Play angeguckt, jetzt schreck mich trotzdem immer noch mit dem Rollstuhl. Ja, hier sieht man das so ganz, ganz, ganz wenig. Ja, so ist gut, oder? Ja, noch ein bisschen, ja, okay. So, ah so, ja. Survival. Wir sind mal mutig. Ja, natürlich. Ich kenne den Anfang schon, ich weiß schon, wie das ist, also ich habe mir schon das Play angeguckt, aber nur, nur drei Folgen oder so, also ich bin auch noch nicht sehr weit. So, ich wollte teilhaben lassen, wie ich Chips esse. Ach so, und ähm, also bringe ich mich, ja. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, alle sagen immer, äh, der ist, der ist, meine ich auf Englisch. Aber, ähm, nicht, wie gesagt, habe ich schon mal Watch Dogs schon? Watch Dogs? Let's Play? Kann ich dir so was das? Ich finde es auf Englisch, einfach, Alter. Das ist auch cooler. Das ist auch cooler. Das ist nicht, was passiert. Einige Patienten sind geschehen. Einiges Schandal? Äh, äh, oh. Äh, äh, oh. Das Piepsen war gerade bei mir so laut, ne? Oh, du Scheiße. Junior Detective Kitten. Any thoughts? Nothing yet. I'm sure we'll know everything, once we get there. Oh. Oh, is that loud. Machen wir mit Untertiteln, weil, ich finde manchmal so, äh, so, wenn das so, so ein Spiel so mit den ganzen Nebengeräuschen kriegst, hört man manchmal nicht so gut, was sie sagen. Haha, das ist gar nichts. Ja, ähm, klar, Lehrer-Polizei hat uns 30 Stück ungefähr, zirka, wenn's, mindestens, aber, pff, keiner da, vielleicht ein bisschen schlechtes Zeichen, aber, hm, ey, wir sind cool, wir gehen da rein. Hey, Kidman, you're with me. We're gonna have a look around. Right. Hey, er muss da stehen bleiben. Oh, mein Gott, ist das laut. Oh. Ähm, kann ich jetzt machen? Ja, sehr schön. Oh, das ist, das ist mega laut, dieses Ding. Äh, Heid, ne, wir wollen auf an. Ah, tschau. Ja, äh. So. Oh Gott, ist das laut. Oh Gott, ist das laut. Oh Gott. Oh, ne, jetzt hab ich, jetzt hab ich schon rausgegeben heute. Ja, das ist okay. Da nehmen wir mal auf. Schneckel, komm, ha. Das ist schon ein geiler Arsch. Hallo, Schneckel. Hallo, Schneckel. Hallo, Püppchen. Alter. Alter. Du, hier ganz allein an der Psychiatrie. Wir beide, das, das kann auch gar zu verweisen. Wir beide ganz allein an der Psychiatrie. Das ist Schicksal. What do you see, Kidman? Rain is gonna wash away on the Evidence. Wir beide hier allein. Schicksal. Hallo, ich geh mal zu Hause. Hallo, ist einer von den Verrückten zu Hause? Äh. Hallo. Hallo. Wir gehen direkt. Wir gehen einfach rein. Das stinkt, ne? Es riecht wie Blut. Ey. Und jetzt? Warte, was haben wir gerade gehört? Es riecht nach Blut. Wir gehen da einfach mal rein. Wuuu. Ja, intelligent. Oh, ihr habt eine Schusswaffe. Wow, eine Waffe. Also, wir sind die einzigen, die keine Waffe haben. Natürlich, wir sind die einzigen, die keine Waffe haben. Das ist klar. Wir wissen, was hier passiert. Du bist ein Backup. Junge, das ist nicht cool, ohne Waffe rumzulaufen in Amerika. Das ist scheiße. Guck, du bist Außenseiter. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Eine Krankenschwester. Guck mal. Das ist alles slip. Guck mal. Das ist alles slip. Guck mal. Guck mal. Hab ich schon so... Oh, jetzt haben die das schon so kinomäßig gemacht, ne? Mit den fetten schwarzen Balken um und um. Jetzt sieht der irgendwie schon krass aus. Oh. 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 Oh, da tropft's. Misch da. Misch da. Misch da, sie tropft. Misch da. Sie tropfeln. Brauchen sie ein Taschentuch? Abwischen. Oh, die Pflanze blutet es auch. Die Pflanze blutet... Ne, der hat sich mit der... Der hat sich an der Pflanze... Hat er sich aufgeritzt. Der hat sich die Puls-Aller aufgeschnitten. Guck mal. Oh Gott, was haben die da nur gemacht? Das war ne Gruppen-Auge. Die ging nicht ganz gut aus. Ja, da ist Rezeption. Rezeption. Ich würde gerne zu Zimmer 804. Hallo. Entschuldigung, Madam. Oh, es tropft durch... Oh, es tropft am Tisch runter. Äh, das... Ja, die Tropfanimation war so ein bisschen... Naja. Ja, das hört so ab, äh... Sag mal, zehn Zentimeter aufzutopfen. Da ist da irgendwie so ein... Unsichtbare Band, äh... Wo müssen wir überhaupt hin? Äh, hätte ich jetzt grad mal hingeguckt, dann wüsste ich das wahrscheinlich... Äh, wo lebt... Äh, wo lebt... Ach, ah, da! Ja, ich muss nicht das... Ich hab ja schon das Play gesehen, aber... Wenn man das so sch... Guck mal, da ist sogar ein Geist. Was kann ich sagen? Oh, ne, jetzt kommt ne Stelle, die mag ich gar nicht. Und ich hab... Und ich hab meine Kopfhörer auch noch so laut, äh... Oh, oh, oh... Ich weiß jetzt, was passiert. Ich will natürlich nicht spoilern, aber ganz ehrlich. Ich hab kaum... Oh! 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 who the hell? What can I... Oh! Oh! Da 테abt ist gar nicht so laut, das geht jetzt auch nicht... Taaaaaa... Auf, wir sehen uns wieder... Ta-daa... Hilfe ohne sie... Wir tropfen auch, wir brauchen mal ein Taschenduch. Hey Ratte, leck uns auf! Sei gesau. Guck mal. Und, was hast du heute so gemacht? Ich hab mir ein paar Kupfels rumgehangen. Blachwitz. Oh. Ich sollte gleich mal zum Arzt gehen mit dir im Auge. Wir werden sehr flächliche Binderhauten. Netzhautes sind nun. Äh, ähm. Okay, jetzt die Kamera. Siehst du, wir hängen mit... Guck mal, wir hängen mit so'n paar... Ja, Matsch, Matsch. Guck mal, wir hängen mit so'n paar Freunden rum. Wir hängen ab. Wir hängen ab. Wir hängen ab. Schwer. Ich hab nicht das haben. Hey. Oh, der hat aber einen sehr männlichen Rücken und... Oh. Oh. Das ist... Mein Gott, überall tropft's hier. Es tropft. Äh, äh, was? Achso, ich muss mehrmals, äh, Lärtaß herrücken lassen. Vielleicht ein bisschen laut, weil meine Tastatur ein bisschen... Ach, komm schon. Ja, komm. Kreide das Brotmesser, jawoll. Okay. Und jetzt... Uh, in die Suppe rein. So. Ich weiß halt jetzt schon, was wir nicht machen dürfen. Also, ich weiß halt, dass wir den jetzt angreifen können, was ziemlich doof ist. Wir können den halt... Wir können den jetzt halt angreifen mit dem Messer. Aber... Das ist halt voll doof. Weil... Das tötet ihn nicht. Das Snakenetz ist einfach mal die Schließung. So. So. Wir gehen jetzt langsam. Ordinary Case, a Cairing from. Da, was mit der Welt noch. Bevor so hast du mir so auf Security. Ah, das ist noch alte Schlüssel vom... vom Krankenhaus. Ich schleiche immer lieber nach. Ich hab Angst. Oh, der... Ich hab so Angst, wenn ich spiele. Ich kann eigentlich auch das Spiel gar nicht vertragen. Oh, ich hab's echt nur sagen. Oh, oh, oh. Oh, jetzt machen wir das auf, nein. Jetzt machen wir das auf und jetzt verfolgt er uns, ne? Oh nein, jetzt. Nein, 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 nein. Nein, ich will nicht. Jetzt wird zu laut, es wird zu laut, ne? Nein, jetzt noch nicht. Wann, wann? Warte. Vielleicht hab ich hier Spoiler, tut mir leid. Gehe ich jetzt? Genau. Oh nein, nein, ich hab's echt lötig. Ich will da aber nicht lang. Ich töte den einfach. Aber ich höre mit Kopfhörern, hast du mit Kopfhörern gehört? Ja, ja, nein. Nein, wir boxen. Ich hab's direkt auf meinen Ohren. Ich hab Angst, ich will das gar nicht machen. Nein, ich will nicht. Nein, ich will nicht. Jetzt. 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 Oh nein. Scheiße, scheiße, scheiße. Lauf, 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 lauf. Wie kann ich schneller laufen? Kann ich irgendwie schneller laufen? Oh mein Gott, der rett, der rett mit der Kopf. Okay, jetzt geht's gleich noch. Mal ein bisschen lauter, das heißt... Oh, nicht so laut. Oh. Alter, das ist jetzt grad so laut bei mir, ne? Oh, das riecht denn da durch die Kopfhörer. Das ist grad so laut bei mir, ne? Oh, lauf, 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 lauf. Oh, jetzt hab ich den Ton auf. Ah, hier ist zu laut, zu laut, zu laut, zu laut, zu laut. Zu laut, zu laut, zu laut, zu laut, zu laut. Oh, oh, gedämmelt. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ah, oh, 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 oh. Ja, das moderne Schlammbad, ah. Oh, oh. Ja, Mann, guck mein Kollege hat das schon, Alter, das ist so laut bei mir, ne? Ein bisschen leiser muss. Hey, wieso geht das nicht? Jetzt geht immer, die ganze... Das ist doch neu. Mein Spiel! Ah, das ist ein bisschen zu... Ah, laut! Aber immer wenn ich es ein bisschen leiser mache, geht es auf einmal ganz der Ton weg. Ne, der ist auch noch zu laut, boah, das tut richtig weh in den Ohren. Rumpelt schneller, rumpelt schneller! Ne, ne, alte Tür. Äh... Äh... Ja? Da stand da grad... Ach so, da steht da gar nicht, also... Ja, das ist ganz nett. Mann, ich hab so Angst, das ist echt so laute, aua, mein Ohren tun mir so weh. Ah, ich muss hier endlich hier lang gehen. Ne, da ist nix mehr. Ich weiß, ich weiß. Ist das lecker! Guck mal... Guck mal, Mama, da steht meine Kacke ab! Guck mal, Mama, da steht meine Scheiß! Komm, kletter! Kletter! Ja, du Krüppel, du! Du Krüppel, du! Ich muss hier lang, ne, ich weiß. Ah, ne, ich kann auch hier lang, nur dann... ich glaube, hier finde ich dann irgendwas, ne? Ne, ist nix. Oder? Ne, ne, ne? Ne... Ah, mein Gott! Jetzt können wir den Keldammer fragen. A good gate at the far end of the receiver. There's a letter which you will take to the old ward. If you could make it through there, through there, you would find an elevator leading outside. You will be the one who escaped. You might be the one who survived. Ja, okay, der sagt uns, wir können dann... Wir sollen dann noch andere Notizen oder so. Die können wir zu einem Aufzug und darüber kommen wir irgendwie raus oder so. Ah, das ist immer noch zu laut. Wieso ist denn jetzt auf einmal nett? Ich mach nur ein bisschen. Warte. Ich mach mich an meinem Computer mal ganz laut, dann kann ich mich an meinem Kopfhörer verstellen. Wie laut ich das haben möchte. Komm doch drauf! Hä? Leertaste? Äh. Woll ich da nicht. Ach, stimmt, ich muss ja hier lang. Wir haben ein bisschen aufgehauen. Da ist auch noch aufgehauen, oder? Da ist auch noch aufgehauen, oder? Das blinkt. Aber geht nicht. Was für Falle ist das? Aber guck mal auch nicht. Also müssen wir natürlich... Da lang. Na komm, das stelle ich mich so an zu dem Ende. Dann passi du. Vielleicht steht er da oben. Hallo. Hallo Kleiner. Hallo mein Kleiner. Mittagessen ist fertig. Ragu à la Frank. Dein Mitbewohner. Ich hab ihn geschnitten. Ich hab ihn geschnitten. Sehr cool, haben wir das geregelt. Das soll eine Nervenfälle anstellen. Da... 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 System Operation Test beginnt. Die... Ne... STM System Operation Test beginnt. Okay. Erfolg. Confirmed. Plan of Steam. Verluste minimal. Verluste minimal. Ja, für das Index. Continuing ist für das 6. Moment geht weiter. Agent. Sammelt er die Daten. Anonymat occurs. Not with the subject. Ich hab ihn so viele Lunde. Und auch noch Doktor. Das war... Terminative. Bleah. Stuff beginnt von Lenin of Mother. Hey, that man. Appeared. Er kommt an. Ja, das sind wir. Ja. Ich hab keinen Bus Bock, das um auch ganz deutsch vorzulesen. Ja, das... Man muss das halt angucken, wie ich halt etwas englisch könnte. Weil ich mag die Dinger halt einfach nicht, die auf deutsch sind. Das sind die Stimme mal nicht so cool, weißt du? Ja, ist so. Also kommt drauf an. Oder zu Matskunden. Oh. Was kommt der hier rein, ne? Oder? Ich hab Angst, Mann. Ich hab richtig Schiss. Eigentlich schon, aber grad irgendwie nicht. Ich hab so Angst, ne? Ja, obwohl ich den Teil jetzt schon kenne. Ich hab so Schiss. Mach mal mein Handy an, Franzi. Was? Mein Handy an. Muss einfach nur auf die... ...Sperrtaste gedrückt werden. Oh! 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 Die Kabel des благодарantes. Ja, komm! Nein, versteck mich, versteck mich, versteck mich! Versteck dich doch! Nein! Das sieht der, er sieht der, er sieht der, er sieht. Oh! Nein! Er tötet mich, ich bin nicht rumknut! Ich traue mich grad nicht. Ich traue mich grad nicht. Ich traue mich grad nicht Steuerung los, weil ich eigentlich nicht ins Land rausspringe. Woow! Der ist jetzt der Segler gerade. Der hat zu mir zurück. Oh! Hahaha! Oh! Jetzt! Oh! Der hört sich aber noch sehr nah an. Der hört sich aber noch sehr nah an. Der hört sich so nah an. Oh, 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 oh. Kommt der wieder zurück? Kann der aber wieder zurückkommen? Oh mein Gott! Oh! Oh. Der ist schon noch eine. Oh! Hau! 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 Sicher? Ja der kommt! Ich hab Angst! Hau! Das findet euch nicht! Oh! Ich weiß es nicht! Aber der Schatten kam irgendwie raus! Aber er irgendwie nicht! Also Leute ich hab mich entschieden Ich werde jetzt die restlichen Folgen in diesem Schrank verbringen und werde von hier aus gucken wie das Spiel weitergeht Ich werde dem Spiel einen völlig neuen Spielverlauf geben Oh 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 Ich kann mich nicht verletzen, aber ich kann mich nicht verletzen. Ich hab so Angst, ich will nicht weitermachen. Ich will nicht. Mach einfach weiter. Ich hab so Schiss. Komm, wir machen die, du setzt den Kopf herauf und ich spiele, ja? Okay, das ist ein guter Ding. Okay, jetzt hat der Kollege die Kopf heran. Da hast du auch das Mikro, ne? Ja, komm, ich halte das ein bisschen zu weh. Ja, warte, dann setzt das, warte, dann setzen wir am besten so auf. Das war falsch, aber komm ein bisschen zu mir. Komm, einfach mich rein. Hallo, ich glaub, ihr hört mich noch. Und ich weiß, vielleicht wird man mich auch dafür, ich will auch so gar nicht weitermachen. Das ist ja schlimm, ey. Ich muss auch wie jeden. Ich hab jetzt nur noch den Kopf rein. Der kommt wieder rein. Der kommt wieder rein. Nein, der kommt wieder rein, der kommt wieder rein. Der kommt wieder rein. Ey, oh. Okay, so schau ich jetzt. Deswegen war der... Shit. Shit! Ohh... Oh... Oh... Oh! Das ist ein Blumen. Das ist ein Blumen. Das ist ein Blumen. Check, clench! Ich möchte nur mal dazu tun, ich kann nicht tun, dass ich nur auspässt, dass er nicht auspässt. Das ist laut. Ja, das machen wir echt auch nicht. Ich möchte nur mal dazu tun, dass er nicht jetzt eigentlich nur gerade so komisch ist. Okay, das ist dann alles gut. Wir sind dann auch. Ich muss schon auch was fliegt, ich will immer so hoch sprechen, dann fach ich aber nicht. Küsse! Das ist nicht laut, ne? Also, ich wollte mal grad sagen, ich konnte gerade gerade, ich konnte nicht schnell auf oder so. Ich darf mich nicht umdrehen, ich darf mich nicht umdrehen. Ich darf mich nicht umdrehen. Ich sag's, ne? Nein! 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 Der singt, der singt! Der singt was! Der singt, der singt, der singt, der singt. Und rund, der neunt durch die Zeit in der Neuse. Oh, da ist ein Kopf durchgestrichen, oder, also, auf dem Bild. der Reine ja die Unstieg mit dem Handy GOL Läuft Oh es geht wieder los es geht wieder los wir sind unter Wunden jetzt einfach so geheilt es ist diese ja da wurden die Wunden gebracht ja ey komm wir sind geheilt ey wir sind geheilt oh Gott habe ich mich erschreckt ey guck mal wir sind geheilt dann waren wir aber ziemlich lange in dem Scheißaufzug wenn wir da durchgehalten wurden und was passiert oh ja das sieht aus wie ein Call of Duty Ghosts Terroristen überall und ah der krackt oh ne der Polizist der Taktiv ein Arft jetzt lauf wie und aber ja soll was ist das das da das ist das sicher doch doch mit seiner um mit dem patient ja da fühle ich mich sicherlich im auto wo sitzt du? Vielleicht sollten wir mal fragen, ob sie fahren will, ne? Muss ich mal fahren? Muss ich mal fahren? Rahnfelsch! Das war alles geplant! Der hat einfach einen Sanitäter verkloppt und dann... Ich mein, der ist Polizist, der darf das! Äh, was passiert denn jetzt? Ach lol! Ja, ich mein, wie gesagt, ich hab ja gesagt, ne Erdplattenverschiebung, wie gesagt... Boah, wie Butter wird der Bus zertrennt! Erdplattenverschiebung! Ja, das, das ist eine Umräumungsarbeit... Oh! Da ist aber viel kaputt, was ist denn da passiert? Also, da kann nicht nur davon kommen, dass das Ding verschoben hat... Alter, da sieht ja aus, wenn er bombardiert worden... Oh! Schön, schön, schön! Nice, schön! Oh! Fine, 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 fine... Fallen? Feilen? Wieso fallen? Feilen? Uuuuuhhh... Ecklig! Ach, das sind Masern! Ganz einfach, das sind Masern! das meinte er wird vor oder schwerelosigkeitsanimation Pro klar Stütze es wird es in der Hand auch mal erst haben wir eine schöne Aufnahme von oben das war auf jeden Fall als Hintergrundbild das finde ich schön dann? muss ich dann das hier machen oder? Nein, ich muss da runter ne, achso, da, ok so Oha, richtig geil Boah, ist er laut, ey Ähm Wo bin ich? Ich bin beim Arzt, das ist gut da bin ich sicher also in den Filmen ist es immer so wenn er dann so aufwacht und dann vom Arzt rumgetragen wird da ist was Schlimmes passiert aber er ist im Krankenhaus schon sicher ich muss zugeben ich habe schon ein bisschen reingeguckt also manche Stellen kenne ich schon da ist hier bei uns geht es anscheinend nicht so gut die ohr und er hat auch einen großen Tumor 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 aber auch nicht die Stelle kenne ich schon, ich glaube wir sind dann so ein aaaah so, ja, sofort er das ist ein paar tote körper gefunden keiner weiß wieso und bla 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 Nee, das ist so ein Glibberflug. Oh, da ist auch mal ein schönes Krankenzimmer. Oh mein Gott, hab ich hier schon. Sind wir wach? Ja. Du bist die einzige Person hier. Jetzt. Oh, jetzt kann ich mal seinen schönen Prachtarsch bewundern. Hallo. Ähm. Ach so, speichern. Oh, komm, hier speichern. Ja, ja. Oh, nee. Ja, nein, ich will auch. Last save. Ja. Nee, ach komm, ja, leck mich. Nee, ja. Accept. Ja. Ähm. Escaped. Guck mal, die nette Dame macht mir die Tür auf. Da gehe ich natürlich rein. Oh, ein Stuhl. Schön. Der steht da so ganz alleine. Weißt du was, wir setzen uns einfach mal. Wieso denn auch nicht? Ja, komm, setzen wir uns doch mal. Wir sollen auch nicht, ne? Ah, aber nicht, ey, nicht mehr Spoiler. Oh, das ist aber ein kom... Das ist aber ein komisches... ...komisches... ...Upgrade. Nein! Stop! Oh. 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 Oh... Oh. 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 Ich warte. Hm, ich komm nicht mehr zurück. Na klar. Wir haben also, guck, das ist ganz klar ne, jeder Krankenwagen hat natürlich ein Überrollkäfig, deswegen ist das Beußer auch nicht eingedrückt. Aber die haben ganz klar überlebt, natürlich. Logisch. Shit. What the hell is going on? Where am I? Ähm. Kidman, where are you? Ich versuche hier, glaube ich, erstmal. Ich werde jetzt so sitzen. Ah, okay, haben wir das. Haben wir doch. Haben wir doch gerade was. Das sah sehr... Das grüne Zeug sah sehr vertrauenswürdig aus. Noch mehr. Oh, da war sehr dunkel. Ich glaube, ich bin auf den Weg zurück. Also, das heißt Weg, aber... Ah, sie haben mir Spuren gelegt. Mit Farbe. Ah, ich kann schlagen. Stirbbaum. Ich mach dich fertig. Äh... Also, echt, das sieht nicht so vertrauenswürdig aus. Will ich da rein? Nein, will ich nicht. Geh! Also... Will ich da rein? Nein. Geh ich da rein? Ja! Was ist denn das hier? Oh! F? Nee, mach ich auch unter. Na ja, genau wie da ein Lichtstips abschlagen. Ja, glibber! Nice! Ähm... Boah, ist da laut, ey. Man kriegt echt richtig Angst, wenn man den Wald so hört, ey. Fett! Nein, hier kann ich nicht lang anscheinend. Ähm... Gehen wir mal dahin, wo Licht ist. Licht ist immer gut. Ich... werde mich stellen mit meiner Faust. Oh. Das ist immer eine sehr helle... Wo ich gerade sagen kann. Ja, eine sehr helle Petroleumlampe. Sehr hell. Das sieht sehr nach einer Polizeiuniform aus. Ich glaube, das ist... Ich glaube, das ist ein Kollege von uns. Nein, weiß ich nicht genau. Ich muss den Warten. Da liegt jetzt eine, ne? Ähm... Hm... Zeig schießen. Gar noch nicht. Bäh, der frisst jemand. Oooooohh! Aieieieieieiei! Ah! Äh... Der stirbt nicht. Der ist tot. und wir haben nur noch 2 Oh, 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 jetzt habe ich noch eine für uns äh, wie können wir die Waffe denn weglegen? ist so irgendwie ne... achso, hier, warte mal wir können jetzt nur die Waffe benutzen ich will das aber gerade gar nicht ich will gar nicht die Waffe benutzen jetzt hau, ja, aber... ja, aber ich will auch hauen mit... nein, 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 das geht nur mit... jetzt nur mit... boah... hab ich die Waffe immer noch in der Hand, ja ja, so ein grüner Klipper echt, wo? na, links, links, links das quistert ja nie die ganze Person äh, ich glaube die können wir gar nicht mehr mitnehmen ich habe auch irgendwie jetzt hier keinen Steuer... also ich habe... weiß ich nicht... also... ah, auf, äh... Kuh ach, das ist der Kerl, der... der hat mich gewarnt ja, krass, der ist... ich bin ein Polizistiker vielleicht sollte ich dir helfen ich sollte dir helfen shit wir helfen... wie werde ich dich in ein Hospital 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 what the fuck das ist eine Sprengfalle und... wenn... wenn ich jetzt schlau wäre würde ich sie jetzt sofort entschärfen aber da ich sehen will, was passiert und wenn ich das nicht mache dann laufe ich da rein wow ey, ich hab noch gestanden zwei Sekunden also das heißt ich hab auf einmal über... ich hab ein paar Fleischwunden kann mal schon nur eine Fleischwunde ich hab doch... ich hab die schon, ne? ich glaub dann... ach, hier ist auch Glibber cool Glibber ist gut ich muss uns jetzt nochmal anhören oh ja, da müssen wir wow ich hab die schon, ne? ich hab die schon, ne? ach, hier ist auch Glibber Glibber ist gut ja ja geht nix I'm a police officer maybe I should help you should help you shit how am I gonna get you to a hospital 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 ja, warte sofort ich muss noch ganz kurz was klären an meinem Handy ähm Mh... Ähm... Ja! Weißt du schon mal, der da jetzt gemacht hat? Der hatte wahrscheinlich irgendwie nur so... Schade, dass wir das... Nein, nein, wir haben nur so Teile irgendwie bekommen, wir können aber keine... Ach, jetzt können wir auch rennen! Ach, wir haben aber ne Ausdauereinzeige... Foto, Schiff, Foto, Sprint... Oh, ah, okay... Ah, da, ah, da liegt... Ah, die orange Anzeige, da ist dann scheinbar... Aus... Ah... Wie schreien die denn so? Foto, Enter, okay... Der Typ könnte sein, dass der... Das ist die Kiste, die können wir kaputt schlagen, oder? Doch, die können wir kaputt schlagen! Oh! Nice! Ey, wie können wir nachladen? Mit Air, ja, das ist ja normal so... Ähm... Wo sind die? Ach da, Space! So, hä, aber... Und, äh, könnte sein, dass sie wieder aufstehen... Und die wurden gar nicht aufstehen... So... Ja, natürlich... Haha! Ich bin der Teufel! Das ging aber schnell! Wer weiß... Vielleicht gibt's ja... Es gibt ein Neubild Biologie-Kunde für Zombies, die verbrennen... Ich weiß nicht... Die verbrennen in zwei Sekunden viel schneller als andere Menschen... Ach... Ach... Ich... Ich ziel nur... Chozen! there's... Hgoohohohohohohohohohohohohohoh... Oh mein Gott, hab ich mich erschreckt... Oh mein Gott, hab ich mich erschreckt... What the fuck? Hab ich mich erschreckt? ja das sind wir ja weil er eigentlich er feiner lieben auf einig wird man gut bätsch haben ja eigentlich das gold abzeichen sowas täckte es zu wissen kristallanos 1 sound offset ich mag wie es klingt sie haben eine lange zeit gedauert wo sie sagen ich war eine der schnellsten er war er war eine der schnellsten die das jemals so stelle dass die stadt die jemals das zeichen erreicht haben um ich kann gar nicht warten damit zu starten um ich weiß ich weiß ich kann mehr gutes als die tec zu tun ich kann mehr tun als als ich ein kopf also ich kann mehr welt gutes tun als detektiv als ich kommt als noch kopfwer also ich kann als als kopf nicht so gut zu wie es ist ich will so um um so und ich muss Platz und eigentlich ich muss ich habe muss nicht mehr diese verdammte Uniform tragen und ach so und die Geisterhöhung tut mir auch nicht will und KCPD ist anscheinend das Polizeirevier oder so also die Polizei kann jeden Mann brauchen die alle kann jeder Hilfe brauchen die sie bekommt und um und auch so klar ist es die Kriminalrat ist angestiegen Kürz zum City äh nice Stadt als ein Name ist mal oben ist man nicht haben muss man zu Hause ich es ist mein Job sie zu schützen oh 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 jetzt kommt wieder diese Musik oh natürlich gehen wir auf den Spiegel zu oh 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 das piepst schon ist aber echt fies in den Ohren ne was wieso uh oh ähm 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 no I don't know if that was a bad dream or this is oh oh schreckt mich nicht immer so heiße Frau mal gucken, können wir uns upgrade? mal gucken, 1600 keine Ahnung keine Ahnung, es ist noch ein bisschen wenig war wie die Nadel in den Kopf 210, was ist das denn? ach so 2000, 3000, 2000 das ist ja ganz schön teuer obwohl, ich war jetzt so ganz kurz ich weiß ja nicht, wie viel man so findet immer so da wird mir auch der Kopf fehl tun, wenn da so 60 Nadel um den Kopf zu stechen und da können wir, glaube ich, wahrscheinlich dann wieder raus und da können wir, glaube ich, wahrscheinlich dann wieder raus Alter, das piepst uns echt fiese, oh na, ich will da nicht wieder rein so Hinaus in die Welt Hinaus in die Welt Hallo, Hallihallo, Freunde wie geht es euch? Ich tolle über diese Wiese ich fühle mich so frisch und gut wie nie zuvor mein Leben ist wunderschimento und ganz cool über den Saw'n gejumpt ja ja, dieser wo geht es denn weiter? mein Leben ist wunderschö-n Hallo, Freunde Wie geht es euch? Ich glaube schon, bei dem schon. Doch, ich glaube schon, bei dem schon. So ein Messer, beilig. Steuerung und Left. Kann ich doch nicht drüber. Soll ich jetzt machen? Wie hat der denn so viele Nägel in seinem Kopf? Das sind neue Piercings. Das sind neue Piercings. Das sind neue Piercings. Das sind Piercings, ja? Nein, jetzt kriegen wir immer Punkte bekommen, weil wir uns alle einlösen. Und da ging die Nadel nicht aus seinem Kopf raus. Da läuft er, da läuft er. Da läuft er, da läuft er. Ähm, äh, wo muss... Äh, was? Das ist unsere Freundin, wir leben in einer... Wir leben in... doch hier lang. Das ist gut, du musst das verstehen. Wir leben in... Wir leben in einer komplizierten Beziehung. Das ist nicht immer so einfach mit ihr, aber eigentlich ist... Aber sie ist wirklich ganz... Mystery, die Türen haben sich geöffnet. Eigentlich ist es eine ganz, ganz Liebe. Die Türen haben sich geöffnet. Die Türen haben sich geöffnet, die Türen haben sich geöffnet. Ohohohohoho! Das geht auch! Das geht auch! Äh! Hey, sind Sie von hierher? Ich weiß nicht, wo... Ohrö! Ohrö! Ich würde mal gerne wissen, wie ich dann... Wirkt Flaschen! Nein! Nein! Das ist so blöd! Das kommt mir auch noch! Ich denke... Ich glaube nicht... Nein! Oh doch, oh doch, hoch, hoch, hoch! Ich glaub ich lass mich töten, oder? Da ist Munitionserschönung, da mach ich das Level gleich nochmal, hallo. Ja komm, ja komm, nein, ich will aber das mit der Flasche schaffen. Isst mich, ja! Der ist aufgetreten, oder? Oh, die Maske ist aber... Die Flasche, und weißt du, wem er, wem er dieses schöne Gesicht zu verdanken hat? Einen sehr guten Schönheitschirurgen. Ah, so kann ich das. Eingewirfts nicht, dagegen. Eingewirfts nicht. Alter! Der hat mich vor. So, dann so, rein? Ja. Der hat mich vor. Der hat mich vor. Der hat mich vor. Stirb! Kann sein, dass er wieder vom Druck aufwärts steht. Glaub ich nicht. Ähm, wo ist denn der andere? Keine andere, ja. Läuft, läuft der da hinten rum? Ah, der chillt da hinten. Der macht sich ein chilligen da hinten. Oh! Nein, das ist Monitonsverschwendung! Ich warte bis... Kannst du es hier tun, oder? Ja, doch. Äh, ist da noch ne Flasche? Hab ich so unendlich Flaschen? Das wäre ja... Äh, äh, kann ich mal umbreden? Ja, okay. Äh, der... Loll! Wo läuft der? Da ist er. Oh! Oh! Lauf, lauf! Jetzt mal schnell! Ah, guck mal, wie nah der den so umarmt, ne? Der zieht den mal so an seinen Körper. Das ist nicht jetzt schon mega. Oh! Ach, hier hab ich noch ne Notiz! When did the... Seepat so leid aus unserem Lake. Wann haben sie den Lichthorn auf den See getan? Der Lichthorn nimmt mal ne Leichthorn. Er ist ein Haus. Lichten hier, der aussieht, knallt ja nicht aniros. Nö auf den See gebaut oder was drama? Es ist nicht engineered. Bew Like, Danke. Dieser Kreis, diese Lichtkreis mich als ob ich auch so ich muss so dass es Bescheid sagen kann oder im Wunder durch sich ein paar Stimmen jetzt kommt o Prozent egal ich fühle mich Prozent zu sehen wo ist es erinnert mich erinnert mich ach egal Prozent ich glaube wo muss ich eigentlich jetzt hin ich glaube ich muss hier weiter ne streich halt da aber was nein wieso ich glaube das bringt mir doch gar nichts beim nächsten erzähle ich die nicht an können aber ich hoffe das ist gleich eh weg ich glaube da wird ewig oh mein Gott man kann sich verstecken das aber nicht gut da mit der Lampe Prozent bevor ich jetzt weiter geht suche ich aber erst noch mal ab nein mach ich nicht ach ja Quatsch ja wo ist der andere der ist auch nicht wieder aufgestanden äh wo ist der wo ist der wo ist der Quatsch soo jetzt geht's weiter soo ich fühle mich da hingezogen wenn ich nur ansehe ich fühle mich da hingezogen wenn ich nur ansehe ich suche hier nochmal weil ich will nichts verpassen oder so ich suche hier nochmal weil ich will nichts verpassen oder so ist der schon ein Monster oder wird der noch der ist schon ne ja 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 wie töte ich den jetzt hat der mich gesehen ne ne das stimmt mit dem Gras ist das ein bisschen doof F2 F3 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 F4 F3 F3 F1 F4 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 F1 F4 F4 F5 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 Ja... Ach, kann ich das so umgehen? Ich glaube, ich kann die einfach umgehen. Oder? Ja. Das ist ja krass. Oder ist da auch nur einer? Ich hab Angst, dass ich dann hinten was verpasse. Weißt du, dass ich irgendwas nicht mitnehme oder so? Allein. Ich hab ja auch gedacht, aber da ist keiner. Nein, wo? Wo denn? Wo denn? Da ist gar keiner, du Arschloch. Den ersten... Nur einmal den ersten töten. Oh! Wo ist der hin? Wo ist der hin? What the fuck, ey? Der trägt doch auch nur Scheißkind, ey. Oh, meine. Fand ich mal schön, der hat jetzt mal keinen Stachel. Ach ja, Quatsch, hier verbrenne ich doch nicht. Ja, der steht wieder auf. Ach ja, Quatsch, halt, ob der wieder aufsteht. Der steht wieder auf. Echt, aber wenn ich den, glaube ich... Der steht wieder auf, wenn sie denkt, warum die verbrennen, die wir zogen. Aber ich glaube nicht, aber ich glaube, wenn ich den verbrenne, dann merkt mich der andere. Guck mal, wie das ist. Ey, der hat eine Fackel in der Hand. Ja, okay. Der Zombie, der hat eine Fackel in der Hand. Guck doch. Der hat wegen was in der Hand. Ja, guck. Der hat eine Fackel in der Hand. Okay, lasst uns mal ganz kurz überlegen. Entweder wir umgehen die und nix. Nein, entweder umgehen die. Ich glaube, wir kriegen nicht die Fackel. Wir haben noch die Lampe. Oder, also wir umgehen die, also dann haben wir keine Munitionsverlust. Wir haben... Aber wir sneken die an. Wir haben... Wir haben... 100% Sicherheit, dass wir nicht sterben. Glaube ich zumindest. Ne, so bei unter minus 3%. Oder... Oder wir greifen die an und vielleicht finden wir auch noch was. Ich weiß gerade nicht. Ja, ne. Ja, aber... Der geht da ja irgendwie rein. Der geht da doch irgendwie rein, oder? Ich glaube, wir können hin. Warte mal. Wir können das Ding anzünden. Sollen wir das mal machen? Wir können das Ding anzünden. Das ist meine Hand. Oh, oh. Ich glaube auch. Hat der das gar nicht... Ach so, jetzt ist das weg? Ich weiß gar nicht, ob das jetzt so klug war. Hey, wieso? Das macht ja... Von unten, der... Oh, oh. Ich will mit der Hand schlagen. Ich will keine Ruftentscheidung Verstöndung haben. Oh, mein Gott. Ich bin verletzt. Der ist sehr nah hinter mir, laute Geräusche. Sehr, sehr nah hinter mir. Umdrehen, umdrehen. Aaaaaah! Nicker, Nicker, kommt los hin! HEN! HEN! AAH! Alter, der hat dich umge... LOL! Sven, mit der Fackel, ich bin tot! Kreis, was ist? Nee, gar nicht. Wir sind nicht immer hinter der drin. Wieso? Uuuuh, wir stehen noch mal... Ähm... Haben wir... wir haben... Dann können wir nachladen! Ach, okay, bis 6 geht das, alles klar. Ähm... Wo ne Flasche ist, wissen wir ja, ne? Aber sollen wir jetzt extra da hinten laufen? Ne, ne? Aber dann müssen wir sonst irgendwie von hinten an den dran. Warte, dann machen wir das. Aber der dreht sich die ganze Zeit, so hab ich das Gefühl, in meine Richtung. Ey, das ist nicht... Ich will den aber trotzdem töten. Oh, oh, Lamp raus, Lamp raus! Jetzt... Ah, jetzt hat der da auf einmal negativ. Das heißt, die wechseln auch, da ist dann nicht immer der gleiche. Ich geh mal in die Hütte rein, ne? Ob sie wirklich, sie mussten anzünden? Hä, eben hab ich auch keinen angezündet, der kam nicht wieder. Ja, irgendwann. Nice. Naja, eine Patrone, okay, ich hab's auch so. Ja, vielleicht brauchen wir echt diese... Wir haben voll. Wir sind überall an. LOL. Ach, und ist euch mal aufgefallen, wir haben kein... Wir haben kein... Ähm... Wir haben bisher keinen Glibber mehr gefunden, ne? Hä, da oben können wir auch hin? Aber das ist ein anderer. Nein, das ist ein anderer am Haus, da waren wir eben nicht. Nein, das ist ein anderer. Ja, der andere hat sich glaub ich hier auch... Ja, der andere hat sich glaub ich hier auch... Aber ganz echt bei so nem großen Haus... Ich glaub irgendwie nicht, dass... Ja, können wir den... Jawoll. Ach, können wir den... Ach, ne, können wir nicht. Wir müssen, äh, mit... Ja, aber wir können... Aber wir können... Wir können... Warte mal. Ah, ist ne Waffe! Oh, hey, können wir die werfen? Hey, wir können, wir können so zielen. Ja. Ich werfe die Bären ab. Aber eigentlich... Ich bin eigentlich selbst zufrieden mit meiner... Ah, jetzt können wir wechseln. Ach, ich kann nur... Ich muss die Fackel nehmen. Soll ich das echt machen? Wenn da noch einer drin ist, sind wir richtig am Arsch mit der Fackel. Oh, die Tür ist zugegangen. Ach, ein... Ein Kartenteil. Cool. Soll ich den auch anzünden? Na, geh mal in den Schrank und steck dich. Dann hörts in meiner Woche. Na, meistens... Mal wollen wir, dass wir die Leute anzünden. Glaube ich den nicht. Doch, die stehen nicht. Hast du euch überall gucken? Die stehen ja dann wieder auf, das ist... Da steht gar kein Verauf. Jetzt... Soll ich hier schon wieder ein Feuerzeug verschwinden? Äh, Feuer. Streichholz. Ah, gar... Aber ganz ehrlich, wir können nur noch anzünden, weil ganz ehrlich... Die Feuerzeuger haben eh keinen anderen Sinn. Leuch, ich glaub wir haben eben vergessen ein paar Kisten kaputt zu machen. Egal. Wir haben jetzt schon ein paar... Echt schon ein bisschen länger keinen Glibber mehr gefunden. Hä? Äh... So einen von neben... Ach, äh... Pfeilenteile... Waren das. Kann man... Äh... Ach guck... Hier kann man echt viel kaputt schlagen. Da müssen wir öfters dran denken. Hm... Es gibt Schlage... Hier kann man nix kaputt schlagen, weil ich seh grad... Ach genau. Äh... Kann ich nicht. Ah doch jetzt. Ich hab Angst, ich hab Angst. Oh. Ich hab Angst, ich hab Angst. Oh. Ich hab Angst. Es macht nicht geklappt. War aber echt... Ui. Alter. Alter! Halt! Ganz ehrlich, will ich das? Will ich unter das Bett? Warte, wenn er jetzt mal da reinkommt, ne? Ne, ich kletter ja mal raus. Ich will ja nicht extra darauf raten, dann warten. Ist hier noch irgendwas? Wir können ja nicht gucken, schade. Dann können wir da raus. Ich hab ja eben noch irgendwo ne Flasche gehört. Ne, hier ist einer. Hier waren wir eben reingekommen. Hier ist nix mehr. Ich habe ja eben noch irgendwo ne Flasche gehört. Ich bin irgendwo gegengetreten. Ja, das hört man ja manchmal, wenn man da so gegen tritt. Flasche! Kommt du mi! Flasche! Kommt du mir! Flasche! Komm her! Flasche! Was denn? Da, meinst du? Oh, der ist ein bisschen ein großes Gebäude für den Leuchtturm. Weil ich meine, da sind auch noch zwei andere Türme, ne? Ja. Leuchtturm. Mal gucken, ob wir hier was von kaputt machen können. Das war besser noch ein Eiswiesen. Das war anscheinend ja mal ein Bauernhof, so wie es aussieht. Was denn? Oh. Da war's. Oh. Ich warte, bis der rauskommt. Oh, oh, oh. Das ist einfach geil. Ey, warte, warte, ey, öh. Boah, ich hab dagegen getreten. Boah, guck mal. Boah, ich kann ihn zerstückeln. Guck mal, wenn ich auf den trete. Kommt der immer, der geht immer mehr auf, oder? Oder vertue ich mich da gerade? Ja, oder weniger. Oder? Ne. Doch, da reißt immer weiter nach oben auf. Ja, ne. Aber ich will in die andere Richtung treten, damit man... Jo, das ist doch mal sein, ja. Du willst immer sehen, wie ich ihn auch verstehe. Ach, guck mal, wie... Wie... Ich hab den so einer halben Gedämmerein rausgenommen. Wie soll der denn da noch groß auferst gehen? Nein, nein, du hast den Gedämmerein. Nein, nein, du hast den Gedämmerein. Dann musst du den nicht. Dann musst du den nicht anziehen. Dann musst du den nicht anziehen. Oder den nicht anziehen. Dann musst du den nicht anziehen. Dann musst du den nicht anziehen. Du hast den Gedämmerein. Du hast den Gedämmerein. Komm vorbei. Aber es älgert mich halt jetzt wegen den Kugeln. Aber naja. Boah, jetzt hab ich Lampe und Fackel. Ja, aber die ganze Zeit, die Fackel ist mega auffällig. Ich lieg die Fackel weg, mann. Die Fackel ist ja auffällig. Hat der mich gesehen? Oh my... Oh, oh, oh. Fick dich. Alter, wieso treff ich nicht? Oh, das haben wir jetzt ja nicht geschossen. Alter, das ist ja mal... Woher, warum ist das? Boah, ha, 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 ha. Oh, oh. Nach, nach, nach. Nach, nach, nach. Ja, oh, ja. Also, man kriegt auch manchmal Kugeln von toten Gegnern. Ach. Hier konnte ich mich dann verstecken vor... Eigentlich dumm, dass ich nicht gewartet hab. Der wär ja voll da durchgerannt. Ja, oder? Wär ja wieder zurückgerannt. Ja, was, was? Kann ich ja aufheben? Nein, der will ich ja nicht. Oh, ja. Der grüne Gliver, hm. Ähm. Ja, aber mich stört die ganze Zeit, dass ich die ganze Zeit so geknurre höre. Und ich weiß... Der ist jetzt schon tot, oder? Der ist aber schon tot hier, oder? Nee. Ach so, weißt du, was man hätte machen können? Man hätte da so von hinten rein. Ja. Äh, wisst ihr was, liebe Freunde? Wir beenden diese Folge an dieser Stelle. Und, äh... Nächstes Mal geht's weiter. Tschüss